Ich bin auch schon da, du Wischmob. Scheiße. Du Wischmob. Du Wischmob. Scheiße. Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt auf meinem Kanal. Und zwar GTA Online bzw. GTA 5 Custom Maps. Wir zocken zusammen mit Plyme. Der Link zu ihm ist in der Videobeschreibung. Falls euch dieses Projekt gefällt, lasst gerne ein Abo und einen Daumen nach oben da. Und ich würde sagen, jetzt geht's los. Willst du nicht irgendwie eine Begrüßung oder so machen? Nö, das mache ich im Nachhinein. Aha. Mhm. Und los geht's. Ja, okay, ich weiß wie. Muss ich kurz ausprobieren. Aber jetzt bist du tausendmal schneller als ich. Scheiße. Ach du. Hä, warum respawnt er nicht? Äh. Lol. Ey. Ich hatte einen Fickkopf. Aha, endlich. Oh. Ich muss erst mal gucken, welche Taste das jetzt hier ist. X, 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 bitte X. Hä? Hä? Hat das Ding nicht einen Fallschirm? E, ja, mit Leertaste. Äh, und wie hüpft der dann? Äh, nein. Hä? Ich weiß nur noch nicht, wie man das auf dem Controller macht, aber dann drück ich halt immer Leertaste zwischendurch. Vielleicht solltest du einfach mit der Tastatur spielen. Nee. Bist du eigentlich vorder hinter mir? Ich bin zweiter. Okay. Ja, die musst du aber schon zweimal respawnen. Ich auch. Bist du zweimal dagegen gefahren? Ja, oder? Ich glaube, ich war einmal zu langsam. Oh. Das Ding hat auch Raketen, ne? Das heißt, du wirst gleich abgeschossen. Jo, viel Spaß dabei. Ich muss dich erst mal einholen. Deswegen ja. Ah, okay, ich weiß, wie man das auf dem Controller macht. Happy Birthday. Danke. Wow. Hast du mich gerade abgeschossen? Ein bisschen, ja. Also, du hast es probiert, sagen wir es so. Boah, Alter, ich dachte schon, ich falle da runter. Alter, kannst du mal aufhören? Nein. Du triffst mich doch eh nicht. Werden wir sehen. Ja, werden wir das. Nein. Ich musste respawnen. Geil. Wer ist denn eigentlich erster so? Ha, ha, ha. Oh. Äh, ich bin so schlecht. Das stimmt. Wie gesagt, wer ist denn erster so? Der Plümm. Der Plümmi. Oh. Oh, 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 oh. Hallo, kannst du mal irgendwie warten oder so? Ja, das ist gerade automatisch passiert. Alter, wie weit hinten bist denn du? To weit. Aber ich hole auf. All right. Und ich hab verkackt. Ich hab genau vom Punkt verkackt. Alright. Oh, 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 oh. Bitte Punkt, Punkt, Punkt. Oh, Alter. Ey, wie weit hinten bist denn du? Das ist ja richtig langweilig hier. Ich bin jetzt erst auf dem Robot. Ja, du musst ja auch warten. Zum Glück hast du grad nicht gesehen, was passiert ist. Du hast Raketen geschossen. Nein. Ja, das auch, aber... Das war nicht das Peinliche an der Sache. Daddy kommt jetzt. Was für Daddy, Alter. Daddy! Daddy ist schon lange da. Ich glaub, die Map hab ich schon mal gespielt. Alter, ey. Lappen. Alter. Ich hol dich noch ein, ne? Nö. Ja, doch, weil du scheiße bist. So, ne? Just for the info. Daddy klebt an deinem Achschloch. Was für Daddy. Ja, Flümmi, Alter. Oh, 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 oh. Okay, ich werd dir keinen Tipp geben. Ich bin auch schon da, du Wischmop. Du Wischmop. Du Wischmop. Scheiße. Scheiße. Nein. 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 Wer ist denn da durch? Hm, ich weiß es nicht. Hahaha. Wer ist denn da durch? Es war etwas spät, aber wer ist denn da durch? Ja. Wahrscheinlich. Er ist noch Fleiter. Verstehst du? Wegen Fleiter. Boah. Hahaha. Alter, was ein Joke. Oh, aber da. Juhu. Yeah, boy. Boah. Ach du Scheiße, Alter. Die haben mich ja richtig geprankt. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Okay. Oh, das war ein Tilt. Perfekt. Ey, ich werde dich doch nie im Leben einholen. Ja, das liegt daran, weil du Scheiße bist. Warte mal. Das liegt daran, dass du Scheiße bist. Hallo, warte mal. Auf mich. Ah, fuck. Ich habe gerade vergessen, wie man springt. Irgendwie. Keine Ahnung, ich musste gerade die ganze Zeit überlegen und dann bin ich voll gegen die Wand ge... Ich will ja jetzt nicht sagen, aber ich bin durch. Natürlich. Hahaha. Du hast mich noch so reingequetscht. Ja, ich bin auch durch, aber ich lag dahinter auf dem Dach. Ja, weil du halt Scheiße bist, ne? Ne. Ne, ne. Das bist ja du schon. Wow. Lol. Hä, ich konnte nicht springen. Lol. Ich will ja jetzt nichts sagen, aber das ist das Ziel. Ja. Ich konnte gerade einfach nicht springen. Ich habe springen gedrückt. Jo, wahrscheinlich failst du jetzt so hart. Und ich bin im Ziel. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Ah. Das wirst du noch oft sagen. Zu mir. Verstehst du? Weil ich immer gewinnt werde. Jaja. Das wird sein. Noch 10 Sekunden ungefähr. Jetzt. Hau mal rein hier. Das schaffst du nicht mehr. Wo ist denn das? Da unten. Ne. Yeah. Boy. Leider nicht beendet. Wie schade. Ja, weil du mich voll gefickt hast, alter. Also. Bitte? Das musst du jetzt aber rausschneiden. Also du warst nicht besser. Aber du hattest halt einfach Glück. Ich meine, das Glück gehört den Doofen oder wie ging das noch? Das Glück gehört den Doofen. Ne, ich habe eine Double T glaube ich. Ne, das ist glaube ich die Bar T. Ne, das ist eine Double T. Stell dich mal neben mich. Fahr da nicht los. Oh, da hatte ich gerade den Turbostart. Ja, ich habe eine Double T. Ne, vor allem, ich hatte einmal den Turbostart und dann darf ich nicht starten, alter. Alter, verpiss dich mit deinem Windschatten. Kann ich dich abknallen? Nein, kann ich nicht. Die nächste Map wird eine, wo ich dich abknallen kann. Ja, ja, ja. Und was sind wir? Irgend so ein hässiges Flugzeug. Och, nö. Aber ich kann dich trotzdem töten, ne, wenn ich in dich reinfliege. Glaub ich. Ey, ich bin so schlecht im Fliegen. Dann musst du mich erstmal treffen, haha. Ey, warum bist du so schnell? Oh nein, nicht gut. Wieso bist du hinter mir? Scheiße mit... Welche Taste? Welche Taste? Welche Taste? Welche Taste? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Auf der Taste tue ich echt nicht. Eh war es. Der Zentorno. Da bist du erst. Ich bin direkt hinter dir, halt die Fresse. Nicht direkt. Direkt wollen wir jetzt nicht sagen, ne? Was steht denn da unten links? Und Splimey ist auf dem ersten Platz? Du meinst Plümmi. Bei mir aus auch das. Aber ich bin auch immer noch auf dem ersten Platz. Nicht mehr lange. Aber noch. Weil es ist Aufholen an, was wir gleich nach der Runde ausmachen werden. Und du kriegst mich einfach nicht. Ah. Ja. Gott. Nein, ich habe ein Flügel verloren. Ich stürze ab. Ja, geil. Ich wusste gar nicht, dass es diese Punkte gibt. Ja. Du kannst zwar auch normal fliegen, aber dann wirst du gebremst. Ja, ich habe es gerade gemerkt, weil ich musste mich korrigieren, damit ich nicht abstürze. Ja. Boah. Ah. Soviel zum Thema abstürzen. Warte, warte. Warte, warte, warte. Boah, Alter, war das los. Warte, warte. Was steht da unten? Ah, da steht Iceman und ist so. Alter, egal. Ah. Mann, ich bin einmal rausgekommen und... Ach, andersrum, andersrum, scheiße. Boah. Oh nein, jetzt bin ich so ein Buggy. So ein Offroad-Teil. Ja, glaubst du ich nicht? Wer ist auf dem ersten Platz? Ja, ja. Wer? Bitte? Ich habe es nicht verstanden. So ein fetter Typ. Glaubst auch nur du. Boah, 1000 Dollar auf meinem Lücken und ich bin lustig. Alter, als ob ich immer direkt so vom Ziel verkacke. Hahaha. Ey, das ist doch so unendlich. Ich verkacke direkt vorm Ziel. Also nicht direkt, aber... Und dann kriege ich dich nicht mehr eingeholt, Alter. Ach, ist das schön. Ja, ja, Glückwunsch. Dankeschön. Ich habe doch gesagt, das wirst du noch oft sagen müssen. Liegt alles nur am Aufholen. Ja, ja. Ja, ja. Ja. So. Gefällt schlecht. Leute, hat euch diese Folge gefallen? Zeigt es mir mit einem Daumen nach oben. Wenn ihr mehr sehen wollt, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ich hatte ja noch mal die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.